hallo leute und herzlich willkommen zum sechzehnten adventskalender zwischen wo ja 16 türchen und auch heute wir was vorbereitet eine kleine sache und die stelle ich euch jetzt sofort vor und seid gespannt wie sagt jede sache kommt keine wachungsvideos einfach so klein aber es sollte eigentlich kennen weil wir sprechen durch die nummer 16 und sagen ohne groß umdrehen geht auch schon direkt los mit ab und natürlich immer 16 viel spaß und hinter dem heutigen tücher verlegt sich eine kleine map und zweit ist sie dort schaffte weit von gut und mit ziemlich cool und und jetzt geschieht gleich mal was 20 sekunden hier und wird jetzt mal was gemacht hier und und ich brauche mal für den ding jetzt hier jetzt noch mal müssen ist hier einfach die dinge jetzt hier zu schmeißen aber im moment in game mode 1 wahrscheinlich dass das funktioniert ich weiß nicht dass wo den eine set shot gemacht und ich will jetzt in der 11 ich weiß ob das irgendwie hier nicht so seien ich versuche das nicht so seien ich versuche es auch nochmal das sollte nicht so sein das sollte man sich so gut beschaffen das sollte man sich so gut beschaffen ne und und anscheinend das ist ein buggy gerade also eigentlich ist das so dass wir einfach hier die platte auf der schwarzen wir haben wie sieht die gesicht schon der eingeschränkte so dass wir dürfen nicht auf das weiß erwerft ansonsten das spiel verloren und die warum du dir das wissen können ich müsste es aber ein bisschen in 1 2 1 8 spielen ich habe es auch ein bisschen gezeigt eigentlich wenn ich sowas eigentlich nicht so gerne so haben sowas hier ich kann vielleicht noch ein extra video vielleicht nochmal zeigen in der 1 2 8 dann so achten halt dass in der 1 2 11 halt nicht so richtig gerade funktioniert das ist natürlich schade und eigentlich sollten wir jetzt so dann halt werfen so halt ne und wenn wir da zahlen beziehungsweise auf der map werfen oder was weiß er dann ist das spiel halt verloren müssen wir auch schon auf das schwarze halt hier so drauf und jetzt müssen wir uns so lange treffen und dann richtig drauf und dann richtig drauf ich denke auf das weiße ich denke mal das man macht das mal mit einem extra spezialvideos eigentlich was wählt und ja das heißt ich bin gewesen vom 16er der bestreue Türchen ich würde das wirklich in einem extra video machen und ja wenn euch das hier doch gefallen hat dann ist eine positive wert und ja und dann sehen wir uns im 17. Türchen morgen wieder und tschüss